hallo ich grüße dich ganz herzlich wünsche dir einen wunderschönen guten abend hier in unserer gruppe haben wir eigentlich kurz nach acht ja ich habe dieses video hier genannt realität kreieren weil ich ein kleines beispiel mit dir ja gerade so aus meinem aktuellen leben teilen möchte wie wir uns unsere realität erschaffen und manchmal auf skurrile art und weise ohne dass wir es eigentlich so haben wollen und wie rasch manchmal das universum in der richtung agiert uns eine realität erschafft nur weil wir dinge in den äther rausgesandt haben aber die gedanken losgeschickt haben und wie dann aber auf der anderen seite aufgrund dessen oftmals auch der familien haussegen oder der haussegen überhaupt schief hängt oder man außer sich gerät seine kinder vielleicht anschreit oder schimpft oder wie ich das früher immer genannt habe ich raste jetzt gleich hier aus oder bin auch oft ausgerastet und habe mich den kindern gegenüber so verhalten wie ich das natürlich nicht wollte im nachhinein tut es einem dann leid wenn man rumgeblärt hat vielleicht kennst du das ja auch und das sind oft so dinge wo es dann wiederum um das liebe thema geld geht und da möchte ich gerade mal was mit dir teilen und zwar vor zwei wochen ist es jetzt sehr genau ist aufgrund ja einer verstrickung egal mein auto schlüssel verloren gegangen und man hat ja immer normalerweise zwei auto schlüssel und einer war weg verloren gegangen und dann habe ich von der woche setzen woche her dann gedacht okay jetzt muss ich dann doch mal ins auto haus und möchte man noch meinen zweiten auto schlüssel dann haben macht einfach sinn und ich habe nicht den gedanken losgeschickt damit halten nicht nur ich den auto schlüssel habe sondern eben auch noch ein auto schlüssel da ist wenn die kinder oder mein mann einfach mal mit meinem auto unterwegs sein wollen dass das dann mit meinem schlüssel geschehen muss sondern dass dann einfach der zweite schlüssel da ist sondern ich habe gedacht es könnte ja sein dass mal man sich aussperrt aus dem auto und der eine schlüssel im auto steckt und man kommt dann immer ins auto ran und das habe ich dann im autohaus auch ganz klar als ich den schlüssel bestellt hatte so kommuniziert habe den mitarbeiter der die bestellung aufgenommen hat und die mitarbeiterinnen die da noch saß mit denen hatte ich mich darüber unterhalten und habe gesagt ja es kann ja mal passieren dass dann ein schlüssel im auto steckt und dann macht die tür zu und schlüssel ist drin und dann kommt man immer an auto und schlüssel ran mit dieser mentalen ausrichtung habe ich diesen zweitschlüssel bestellt und das dauert so etwa zwei bis drei wochen bis der da ist und was hat das universum mir gestern geliefert ein abgeschlossenes auto mit meinem auto schlüssel im auto so rasch liefert das universum und situation wenn man sie bestellen denn auf unbewusste art und weise habe ich das ja gemacht weil das universum hat da ganz rasch gesagt okay dein wund ist mir befehlt dann erschaffen wir dir mal eine situation wo schlüssel drin ist und auto ist abgesperrt und was war dann gestern so das fazit das auto stand aber gott sei dank was heißt gott sei dank ist ja eigentlich egal wo es gestanden hat es stand hier bei uns vor der tür und im autohaus dann angerufen das ist so einige kilometer von uns hier weg und dann ist jemand gekommen und hat dann ja mit einigem aufwand das auto aufgekriegt und hat den schlüssel wieder heraus gefischt weil ansonsten hätte ich die möglichkeit gab zwei wochen etwas auto stehen zu lassen auf den ersatzschlüssel zu warten also wir hätten das auto mit dem ersatzschlüssel auch nur aufschließen können aber der muss ja auch noch kodiert werden und eingescannt werden keine ahnung was da alles gemacht werden muss und ich habe da geschmunzelt und habe auch zu meinem mann gesagt und mit der mentalen ausrichtung habe ich den ersatzschlüssel im autohaus bestellt und es ist interessant wie rasch das universum für jetzt da in der richtung eine realität erschaffen hat und habe einfach darüber geschmunzelt und jetzt komme ich nochmal zum thema geld was hat das jetzt mit geld zu tun denn in meinem früheren leben wo ich einfach viele dinge gemacht habe unter anderem auch einem beruf nachgegangen bin der mir zwar summe x am ende vom monat auf mein konto gebracht hat ich aber trotzdem immer im chronischen geldmangel war und auch immer gedacht habe das kann es nicht sein so monat für monat summe x in dein leben zu ziehen immer dem geld gefühlt hinterher zu rennen gerne deinen kindern und dir selbst dinge leisten zu wollen die du dir aber nicht leisten kannst gerne auf der welt unterwegs sein weil du einfach denkst auf dieser wunderschönen welt gibt so viele schöne orte die ich einfach selbst mit der familie mit meinen kindern gesehen haben möchte bevor ich hier wieder gehe es gibt so viele dinge die ich gerne mir aus tiefstem herzen erlauben würde die ich aber nicht kann weil ich einfach nur diesen job habe und der nur am ende vom monat nur summe x aufs konto fließen lässt oder ich würde auch gerne soziale projekte unterstützen wird gerne spenden in 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 organisationen in jahr verschiedene dinge was ich aber nicht kann weil ich ja am ende vom monat nur summe x auf meinem konto habe und ja selbst schauen muss wie ich da über die runden komme vielleicht kennst du solche situation also ich kenne die nur zu gut aus meinem früheren leben und wenn dann nämlich so eine situation wie das universum mir die sie jetzt geschickt hat wo ich auf eine unbewusste art und weise also ich meine als ich das im autohaus erwähnt habe und wir so darüber gesprochen haben da habe ich schon gedacht ist gar nicht so gut jetzt in der richtung zu denken aber da war es ja schon weggeschickt in den äther dann wäre nämlich um es auf gut deutsch zu sagen die kacke am dampfen gewesen ich wäre total außer mir gewesen wegen dieser situation ich wäre ausgerastet wie das immer früher mein sprachschargon war wahrscheinlich rumgebrüllt einfach aus hilflosigkeit weil in meinem kopf her dann vorgegangen wäre okay jetzt musst du jetzt zusätzlich noch eine rechnung bezahlen der schlüssel der kostet ja schon einiges und jetzt kommt noch die rechnung dazu ums auto jetzt aufzumachen der mitarbeiter will bezahlt werden die anfahrts kosten wollen bezahlt werden und 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 die kommst du jetzt wieder über die runden und so hätte mit sicherheit dann zu früheren zeiten der haussegen auch ein bisschen schief gehangen das immer wieder bei dem thema geld jetzt stell dir mal vor geld ist einfach da und solche dinge die geschehen halt einfach und dann rufst du halt einfach im autohaus an und dann kommt jemand und dann kannst du dem noch großzügig trinkgeld geben und sagst okay in zwei wochen wenn der schlüssel da ist dann schreiben sie mir das mit auf die rechnung und dann zahle ich das eben auch ohne dir darüber gedanken zu machen was das dann eben kostet weil geld halt einfach da ist solche situationen die auf unterschiedlichste art und weise wir uns im außen in unserem leben kreieren also die eine variante wir kreieren uns dinge wo wir sagen naja da könnte ich jetzt darauf verzichten aber die anderen dinge dieses mangelbewusstsein und dieses sich quälen und viel energie in dinge stecken die nicht das herz erfreuen die nicht im herzen dem seelenplan den dingen die du dir mal vorgenommen hast es ja egal wie man das jetzt nennen möchte seelenplan herzensplan seelenruf seelenberuf oder wie auch immer die dem nicht entsprechen auch die dinge kreieren wir uns ja im außen also die lebenswirklichkeit die du die ich jetzt im außen vorfinden die hat jeder von uns niemand anderes sich selbst kreiert und die gute nachricht daran ist doch wenn du jetzt im außen eine lebenswirklichkeit vor findest wo du sagst da gibt es bereiche vielleicht auch viele bereiche vielleicht einen großen bereich oder was auch immer die nicht so sind wie du sie gern haben möchtest dann ist die gute nachricht dabei du hast die wahl du kannst selbst eine entscheidung treffen und sagen ich möchte daran was ändern und ich ändere daran was und mein sohn hat am wochenende so einen schönen satz kreiert wenn das warum klar genug ist und groß genug ist dann kommt das wie von selbst das heißt mit anderen worten du bist ja hier in der gruppe weil du auf der suche bist nach deinem ja ich nenne es jetzt noch mal seelenplan herzensthema also das was dich einzigartig macht das möchtest du entdecken und möchtest leben und möchtest dir auch dein traum leben so wie es zu dir und zu deiner familie passt kreieren dann brauchst du eigentlich nur ein großes warum das warum wofür du brennst zu entdecken und dann öffnen sich türe und tore und das wie ist dann eben der weg der sich dir zeigt lass das mal auf dich wirken und beobachte gerne mal was dein herz was deine seele dazu sagen ob das stimmig ist was ich dir gerade so hier mit auf den weg gebe ich wünsche dir noch einen wunderschönen abend bis morgen tschüss